Musik 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 Mit dieser Film würden wir uns den Lauf Musik Sylvester Goes Wild Deluxe Edition Musik 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 Was darf natürlich nicht fehlen, mein lecker Käffchen. Was haben wir hier noch feines, Roy hat noch was versucht, Cookies mit Kakao. Natürlich ein Pastet-Gepäck, darf nicht fehlen, oder Roy, was sprichst du? Muss immer dazu sein, feine englische Art. So Leute, schwitze die steht, danke für die Idee, geht hier ganz klar raus an Niklas on fire. So. 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 So Leute, ihr seht es, es ist, ich will nicht sagen dunkel geworden, aber es ist arsch dunkel schön. Und wir haben es noch nicht mal um 6. So, ihr seht es qualmt, es raucht. Die Roy macht hier eine kleine wunderbare, was machen wir denn hier Roy? Genau, eine Art Klitscher. Klitscher. Für die Reibenkurve. Genau, Reibenkurve, für die nicht ansässigen. Also, es geht hier voran. Es wurde langsam kälter. Wir haben natürlich ein bisschen Pech mit unserem nassen Holz. Aber, was sollt, was sollt. Hört ihr es? Hört mal genau hin. Hört das Wasser. So. Kulinarische Freunde, ihr seht es hier. Ja, backen Pean, aber es scheint schon kühler ist. So, ihr seht es, wir haben wieder Licht gemacht. Weihestein nochmal rein in den Tatsch. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Viel Rauch, aber hier unten sind wir so Wildschwein. Ja, wir zeigen euch dann auch mal, wie die Sache angerichtet ist. Ihr seht es, wie es herrlich kängelt. Wunderbar. Lecker. So, wollen wir unser Wildschwein herausholen, ne? Oh, herrlich. Ein Viertelstück Fleisch. So, schneiden wir die Sache hier mal ein bisschen. Richtige Männerscheiben. So, ihr seht es, hier ist der Dampf. Der Kochdampf. Wir lassen unsere Söße noch ein bisschen einreduzieren. Wir können jetzt keine Mehlspitze ran machen oder so. Deswegen lassen wir es jetzt ein bisschen verkecheln. Dann haben wir nochmal unser Fleisch rein. Und dann geht es los. Fast der Schmackelfatz. Dann trinken wir hier noch ein feines Weizenbier. Dann hoffen wir mal, dass es langsam, gen 12 wird. Aber dann in die Schmitze dabei hin. Und das wird nochmal eine richtig geile Mauer. Ich habe mir ja schon mal unsere Trischer ein bisschen klein gemacht. Dass die Uhr hier feldmäßig ins Feldgeschirr passen. So, jetzt nehmen wir uns mal hier ein feines Stickel. Uh, lecker. Dieses wunderbare Stück werde ich mir jetzt zu kleinern. Und dann mit dieser Soße und diesem Essgeschirr. Hervorat schmecken lassen. Also Leute. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Und das ist schon mal eine geile Nummer. Auf jeden Fall Wildschwein in der Natur. Zu Silvester. Da gibt es kaum was Schöneres. Hier im Revier. Für unseren alten Stülperkarl. So Leute. Was soll ich sagen. Vielleicht wird es weiter nochmal besser. Aber. Hör zu. Es regnet. Genau. Schauen wir mal, was das noch wird. Weil ich glaube nicht. Dass wir da unser Feuer ewig hier. Erhalten können. Und heute noch die schöne Schwitze machen. Das ist natürlich sehr schade. Eigentlich definitiv nicht so geplant gewesen. Wenn ihr hier den Hintergrund so hört. Man könnte denken. Was ist hier losgegangen. Ein Meter da ist schon kein Pflicht. So. Wir haben ja ganz schön was angeschlechtet. Das ist halt ganz einfach nachzulegen. Hier die Nacht. Vielleicht sieht es ganz hinten. Der Reu liegt schon in seinem Schlafgemach. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Erstmal schon nochmal ein bisschen hier in den Schlafsack zu legen. Bis um 12 Uhr hier das große Gefecht losgeht. Abzuwarten. Und schwitze da mal auf morgen früh verschoben. Aus Sicherheitsgründen. Weil ja ganz schön viel Schlamm ist. Und vielleicht zuge ich mich da nochmal. Wenn nicht. Wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Nacht. So liebe Zuschauer. Wie man hier sagen würde. Ah nein gar. Wir sehen noch nicht viel. Schauen wir was gleich sich tun wird. Auf jeden Fall die Geräuschkulisse baut sich langsam aus. Erstmal wir.. Die Geräusche baut bir Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017